Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf BVB Inside zu den aktuellen News rund um Borussia Dortmund. Julian Brandt sieht er in Zukunft ganz klar beim BVB. Ungeachtet der Meldungen, dass Dortmund ja an einem Verkauf im Sommer durchaus interessiert sei, betont der 25 im Hintergrund mit der WAZ. Ich beschäftige mich momentan nicht mit Wechselgedanken. Ich habe immer noch extreme Lust auf diesen Verein und denke nicht, dass meine Zeit hier zu Ende ist. Erst kürzlich hat er die BILD berichtet, Dortmund würde Brandt für 15 Millionen Euro durchaus auch ziehen lassen. Der Nationalspieler stellt aber klar, mir ist nicht so wichtig, was die Leute über mich reden oder schreiben oder denken. Abgesehen vom Trainer natürlich. In den Medien werden in jedem Sommer und in jedem Winter mit BVB 35 neue Spieler und 35 Abgänge gehandelt. Darüber mache ich mir keine großen Gedanken, sonst könnte ich nachts nicht mehr schlafen. Brandt haben unterdessen das Gefühl, dass sich hier etwas extrem Gutes entwickelt mit dem Trainer, seinem Team und den Jungs, die hier spielen. Des Letztes war ja Brandt auch wieder wichtiger geworden, konnte vier Scorer-Punkte in den vergangenen beiden Partien auch verbuchen. Der Offensivspieler sagt, natürlich kann im Leben vieles passieren und die Dinge können sich schlagartig ändern. Aber für mich gibt es keinen Grund zu wechseln. Ich fühle mich wohl in Dortmund und habe hier noch ein bisschen was vor. Aber macht Brandt auf jeden Fall nochmal deutlich, dass er unbedingt bei Dortmund bleiben wird und auch möchte. Und sicherlich ist das auch das aktuell die wahrscheinlichste Variante. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.